Willkommen zu diesem Video, es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Der Aufbau eines NFT-Portfolios mit vielen einzigartigen Gegenständen bringt ja ein gutes Gefühl von Aufregung mit sich, jedenfalls für manche Leute da draußen, kann aber auch ein saftiges passives Einkommen mit sich bringen, was viele Leute gar nicht wissen. Seit kurzem gibt es nämlich einige einzigartige Plattformen, die den Nutzen des NFT-Besitzes durch eben Staking erhöhen. Von daher möchte ich dir zeigen, auf welchen Plattformen du ein passives Einkommen mit deinen NFTs durch Staking verdienen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. 2022 könnte das beste und explosivste Jahr für Krypto sein. In meinem Wochenbericht stelle ich dir deshalb wöchentlich die lukrativsten Projektstarts vor. Zudem auch noch Low- und Micro-Cap-Projekte, also richtige Altcoin-Perlen, die du nicht verpassen solltest. Ebenso Gaming- und NFT-Meterversen mit 100x Potential und vieles mehr. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Bevor ich dir nun aber ein paar Plattformen vorstelle, interessiert dich bestimmt, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Um einen Stake nämlich für NFTs zu ermöglichen, haben mehrere Blockchain-Plattformen neue Methoden entwickelt, um diese NFTs zu bewerten und ihren individuellen Ertrag zu bestimmen. Wenn du ein NFT stagst, bestimmt die Staking-Plattform den Wert des Vermögenswerts und legt den jährlichen Prozentsatz, also die APA fest, den du dann dementsprechend verdienen kannst. Der Wert eines NFTs, der hängt von Faktoren wie dem Seltenheitsgrad und der Fähigkeit ab, einen kontinuierlichen Einkommensstrom zu generieren, zum Beispiel in Form von Tantimen und auch weiteren Investoren. Mit anderen Worten, die Staking-Plattform, auf der du dann eben staken möchtest, verfügt über ein eingebautes System, das deinen NFT bewertet, seinen Wert bestimmt und einen Ertragswert auf der Grundlage verschiedener Zeitdauer zuweist. Diese Plattformen sind in der Regel dezentralisiert und bieten ein hohes Maß an Sicherheit für dein Vermögen, bis du dann eben bereit bist, es freizugeben. Viele beliebte NFT-Kunst- und auch Spiele-Assets sind stakefähig und können eine jährliche Rendite von bis zu 100% erzielen. Da die NFTs ja non-fungible sind, können sie nicht auf vielen DeFi-Plattformen gestakt werden, die andere Kryptowährungen eben unterstützen. Deshalb gibt es einige Projekte, die sich mit der Entwicklung von Staking-Protokollen für NFTs beschäftigen. Wenn du NFT staken möchtest, musst du deine NFT auf ein Protokoll übertragen, das genau das ermöglicht, oder eine NFT prägen, die mit einem Staking-Pool verbunden ist. Bevor du aber einen Vermögenswert überträgst, musst du dich wirklich vergewissern, ob dein NFT auf dieser Plattform, auf der du das eben staken möchtest, überhaupt stakbar ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Staking ist die erste NFT-Staking-Plattform, die ich dir mal zeigen möchte und diese ist für Onesos-Blockchain-Spiele. Sie ermöglicht es den Nutzern, alle Arten von NFTs in Spielen zu staken. Wenn Staking lässt sich nahtlos mit der Wax Wallet verbinden, wie du hier sehen kannst. Und die Staking-Plattform, die unterstützt nur In-Game-NFTs der Onesos-Blockchain, sodass diese gestakt werden können, um eine Rendite zu erzielen und gleichzeitig für In-Game-Aktivitäten verwendet werden können. Außerdem bietet WAN Staking den Inhabern je nach Sperrfrist bis zu 80% Rendite. Die nächste Plattform, die ich dir zeigen möchte, ist OnlyOne. Und das ist eine von Alameda Research unterstützte, auf Solana-basierende NFT-Plattform für soziales Engagement, die es den Nutzern der Plattform ermöglicht, die nativen Like-Tokens auf einzelne NFT-Ersteller zu staken und am APY des Pools zu verdienen. Wenn ein neuer NFT-Ersteller auf OnlyOne aufgenommen wird, wird ein Genesis-NFT geprägt und ein Staking-Pool erstellt. Auf OnlyOne können dann Schöpfer NFTs prägen und verkaufen, aber sie können auch Beiträge verfassen und mit ihren Fans in Kontakt treten, genau wie auf jeder anderen Social-Media-Plattform. Die Fans können dann die Like-Tokens auf ihre Lieblings-Creator staken und der APY des Stake-Pools hängt dann eben davon ab, wie engagiert der Influencer auf dem OnlyOne-Marktplatz ist. Die Belohnung dann für das Staking wird zwischen Creator und Staker aufgeteilt. Klingt eigentlich ziemlich vielversprechend, wie ich finde, weshalb ich dir das auch mal zeigen wollte. Die nächste Plattform, die ich dir zeigen möchte, finde ich auch ziemlich spannend. Kira ist nämlich eine DeFi-Plattform, die die Interoperabilität zwischen Web3-Debs ermöglicht. NFTs können mit Kira interagieren, um die Sicherheit des Netzwerkes zu gewährleisten und gleichzeitig vom Staking zu profitieren. Kira ermöglicht die Fraktionierung von NFTs, indem Fungible-Token erstellt werden, die Bruchteile eines bestimmten NFTs repräsentieren, die dann für das Verleihen und den Handel verwendet werden können. Auf der Staking-Plattform können dann Nutzer jede Art von NFTs einzahlen, um native KEX-Token zu farmen und KEX-Inhaber können dann KEX-Token staken, um Kira-NFTs als Belohnung zu erhalten. Und übrigens, wenn du dich für anteilige NFTs, also Fractional NFTs interessierst, findest du hier eine weitere Plattform, die du gerade sehen kannst, auf der du anteilige NFTs verkaufen oder kaufen kannst. Und die heißt Fractional. Ich werde dir sowieso alle Links zu den Plattformen in die Videoüberschreibung packen und dann packe ich das auch gleich mit rein, dann kannst du dir das mal anschauen. Bei dem nächsten, das ich dir mal zeigen möchte, handelt es sich um ein Spiel. Denn Splinterlands ist ein weiteres beliebtes Blockchain-Kartenspiel, bei dem jede Karte ein NFT ist. Nutzer können dann ihre Karten in einem Liquiditätspool staken, damit andere Spieler sie ausleihen und nutzen können. Dafür erhalten sie dann Belohnungen in Form des Plattform-eigenen Tokens. Splinterlands läuft auf der Hive-Blockchain, was eine hohe Skalierbarkeit und auch eine schnelle Abwicklung ermöglicht. NTFX ist die nächste Möglichkeit für Staking, das ich dir mal zeigen möchte. Es ist ein von der Gemeinschaft betriebenes Protokoll, das NFT-Inhabern die Möglichkeit bietet, ihre NFTs zu staken. NFT-Besitzer können dann einen Vault einrichten, in dem sie ERC20-Token ausgeben, die zur Durchführung von Transaktionen auf der NTFX-Plattform verwendet werden. Nutzer, die ihre NFTs staken, verdienen an den Handelsgebühren auf der Plattform. NTFX unterstützt Sammlungen, die vor dem ERC721-Standard entstanden sind. NTFX läuft auf der Aragon-Blockchain und den auf NTFX verfügbaren Vaults nachzuurteilen, scheinen einige NFT-Wahle auch an Bord zu sein. Just Liquidity ist die nächste DeFi-Plattform zum Staken, mit einem einzigartigen NFT-Staking-Pool, wie ich finde. Du kannst hier 4 Wochen lang Yule-Day und Yule-Bay-Token staken, um spezielle NFT wie die BNB-NFT-Karten zu verdienen. Diese verdienten NFTs können dann auf der Plattform für höhere Belohnungen gestakt werden. In einigen NFT-Sammlungen können die Besitzer ihre NFTs auch staken und werden dafür dann mit einem Token belohnt, mit dem man zukünftige Features kaufen kann. Auf diese Weise können NFT-Sammler mit dem Staken ihrer NFTs ein sehr interessantes passives Einkommen erzielen, wie ich finde. Wenn du zum Beispiel einen Cyber-Kong-NFT besitzt, jedenfalls einen Genesis-NFT, kannst du diesen staken, um Banana-Token zu verdienen. Jeder Cyber-Kong bringt dann 10 Bananen pro Tag ein, was zu dem Zeitpunkt, in dem ich das Video aufnehme, 19 Dollar pro Banana sind. Das bedeutet, dass du 190 Dollar pro Tag verdienst, nur weil du eben diesen Cyber-Kong-NFT stackst. Das sind 2280 pro Monat. Das ist absolut verrückt. NFTs sind in letzter Zeit schon ziemlich begehrt, wie du bestimmt schon mitbekommen hast, und erzielen beim Wiederverkauf einen hohen Wert. Es ist nur angemessen, wie ich finde, dass Investoren ein passives Einkommen aus ihren seltenen Vermögenswerten erzielen, während sie eben noch darauf warten, dass der Wert steigt. Das Staken von NFTs ist vielleicht nicht die erste Idee, die du hast, wenn du eine NFT erwerben möchtest, aber es ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung zum Vermögensaufbau. Und wer weiß, vielleicht bekommst du ja neue NFTs, die dir zusätzliche exklusive Vorteile bieten. An der Stelle hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten schau noch auf meiner Patreon-Seite vorbei für viele weitere Vorteile, die du dieses Jahr nicht verpassen solltest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao! Ciao!